Was würde passieren, wenn der Planet Jupiter nicht mehr existieren würde? Trigger-Warnung? 3, 2, 1... Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben. Äh, okay, und warum? Jupiter ist ein Gasriese und hat dreimal so viel Masse wie alle Planeten unseres Sonnensystems zusammen. Und obwohl er rund 800 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, brauchen wir ihn zum Überleben. Warum? Denn Jupiters Anziehungskraft hält uns Asteroide, Meteoride und andere Himmelskörper vom Leib, die ohne ihn viel regelmäßiger auf der Erde einschlagen würden und somit das Leben bedrohen würden. So wie es schon mal vor 65 Millionen Jahren der Fall war, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Danke an Lukas, der mir diese Frage auf Instagram zugeschickt hat. Und wenn du auch mal eine Idee für ein Video hast, dann folg mir auch da und schick mir eine PN. Ich freue mich drauf.